Guten Tag meine Damen und Herren, ähm, wir sind, ich bin, nun, also, ich mach mal die Musik an. Seet, ich experimentierte mit heiligem Saft, hörte, das gibt Kraft, das man alles rafft, fraß meine Portion und ich merkte schon, ich war kein Mensch, sondern ein Elektron, zufällige Fluktuation, Gedankenlegion, ein Bewusstseinsstrom mit 42 Ohm, was früher ich gekannt wurde, seltsam verzerrt. Ich begriff, dieses Land war unerhört gestört, mein Kopf war ein Brandherd, auf dem Boden ein Topf aus Gedanken, welche sich auf einem hohen Niveau befanden und ich merkte, wie sie mich langsam überrannten. Ich fühlte mich zudem bedroht von Tischkanten und so beschloss ich in Panik, etwas zu tun. Ich war mir sicher, ich durfte nicht, nicht, nicht ruhen, denn ich dachte, dass wenn ich dächte, dass das nichts frechte und ich wusste, dass ich das früher oder spät noch rechte. Seet, ich probierte die heilige Säure, hörte ich für euch meine Schaltkreise scheure, ich erzähl euch vom Fraktal, dem Ding im Ding, von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging. Seet, ich probierte die heilige Säure, hörte ich für euch meine Schaltkreise scheure, ich erzähl euch vom Fraktal, dem Ding im Ding, von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging. Und immer wieder ertappte ich mich, wie ich innerlich an dem Gedanken babbte. Ich dächte nur an mich. Und sicherlich war das auch richtig, nur nicht so, wie ich mir das ausmalte. Oh, jetzt bezahl dich fürchterlich. Und als ich dachte, dass ich dachte, dachte ich, dass ich dachte, dass ich ans Denken dachte. Hä? Sachte. Ich dachte, dass ich beim Denken an das Denken etwas machte. Und so verschachteltete ich mich und lachte. Die Sache war verrückt und ergab trotzdem Sinn. In jeder Schachtel ist natürlich noch so eine drin. Und wenn du diese aufmachst, siehst du dann, dass man in dieser wieder eine Schachtel finden kann. Und jede Schachtel, jeder Karton, jede Box, jede Kiste, die du danach findest, stand schon immer auf deiner Wunschliste. Denn das Auspacken dieser Dinge ist allein das Erlebnis. Alles gleich und anders, so lautet das Ergebnis. Seht, ich probierte die heilige Säure, hör die ich für euch meine Schaltkreise scheure. Ich erzähl euch vom Faktal, dem Ding im Ding, von Berg und Dahl und dem Weg, den ich ging. Seht, ich probierte die heilige Säure, hör die ich für euch meine Schaltkreise scheure. Ich erzähl euch vom Faktal, dem Ding im Ding, von Berg und Dahl und dem Weg, den ich ging. Meine Zimmer waren gefüllt mit prächtigen Schätzen. Angesichts der Herrlichkeit musste ich mich erst mal setzen. Wer hätte das gedacht? Seht, ihr auf meine Wände? Bei der Struktur meiner Tapete klatsch ich freudig in die Hände. Und in der Küche fand ich ein Sonnenblumenkernbrot. Kein Kern mit gleicher Farbe, ich fand blau, grün und rot. Und jeder schmeckte anders, das konnte ich schon sehen. Allein durch den Geschmack konnte ich alles verstehen. Und später hörte ich Musik, die klang wie's himmelreich. Ein Gewinde aus Logik und kein Ton klang gleich. Oh, diese Geistesnahrung war wie die Offenbarung. Ja, dieser Tag war eine unglaubliche Erfahrung. Ich rat' euch, gebt euch den heiligen Saft. Ich sag' euch, das gibt Kraft, weil man alles rafft. Presst eure Portionen und ihr merkt schon, wer keine Angst vorm Lenken hat, gewinnt ein Telefon. Seht, ich probierte die heilige Säure, hört wie ich für euch meine Schaltkreise steuere. Ich erzähl euch vom Faktal, dem Ding im Ding, von Berg und Dahl und dem Weg, den ich ging. Seht, ich probierte die heilige Säure, hört wie ich für euch meine Schaltkreise steuere. Ich erzähl euch vom Faktal, dem Ding im Ding, von Berg und Dahl und dem Weg, den ich ging. Seht, ich probierte die heilige Säure, hört wie ich für euch meine Schaltkreise steuere. Ich erzähl euch vom Faktal, dem Ding im Ding, von Berg und Dahl und dem Weg, den ich ging. Das war's für euch meine Schaltkreise steuere.